hallo zusammen heute zeige ich euch mal was man aus croissant teig für leckereien machen kann im ersten video seht ihr was süßes und im zweiten video kommt dann noch eine herzhafte variante und vorweg mal croissant teig ist ein wirklich nicht einfacher teig und bisher habe ich den immer gekauft weil ich das einfach noch nicht hinbekommen habe und mit normalen croissant teig den kaufen könnt gelingt es euch auf jeden fall immer definitiv so das waren jetzt schon mal die nutella croissants für euch und im zweiten video wie gesagt was herzhaftes und lasst euch überraschen und probiert es gerne mal aus sind beide varianten super lecker bisher habe ich immer positive kritik bekommen und alles war in fünf minuten weg also lasst es euch schmecken bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020